Hallo und Willkommen zurück hier bei Anadwecker und wir sind wieder im Final Fantasy X natürlich in der Remaster So, jetzt müsste er gleich schon wieder dazu kämpfen weiter gehen Denn wir sind ja immer noch auf der Brücke Quasi im Prolog Warren, let's get out of here We are expecting Huh? Give me a break, man Ja genau, da kommen auch schon die nächsten Gegner Weil's nicht grad wenig sind Aber keine Sorge, wir müssen nicht gegen alle kämpfen Nur gegen ein paar So Stimmt, das Maschinchen können wir glaube ich noch gar nicht angreifen, soweit ich weiß Denn wir müssen nicht das Teil an der Seite angreifen Können wir aber auch noch nicht Also wir sehen noch, dass gleich immer wieder neue kommen Aber wir werden dann gleich drauf hingewiesen, dass wir die Maschine an der Seite angreifen sollen Der Gerät Genau, jetzt zeigt er mich da hin So, das sollte jetzt unser Premiumer Ziel sein Also haut euch auch, auf jeden Fall draußen steht ihr hier noch ein paar Stunden rum Ah, er ist immune, okay Aber er ist down Aber er ist kaputt Wow, wow, wow Go Go Oran! You are sure? This is it This is your story It all begins here Hey Hey! Hey! My old man So, da rum Yo, Babylade Da mus' mi nie That was mine I thought about a lot of things Like where I was What I got myself into I started to feel lightheaded Und dann, schlafen. Ich denke, ich hatte ein Traum. Ein Traum von sich allein zu sein. Ich wollte jemanden, jemanden, neben mir. Also habe ich nicht mehr zu fühlen. So, wir sind jetzt in der Messerruin. Und hier gibt es auch schon gleich ein paar Gegenstände zu finden, die wir uns natürlich auch gleich schnappen werden. Wer da ist? Oren! So, jetzt haben wir erstmal links und rechts haben wir einen Eintürm. Also ein bisschen weiter vor müssen wir dazu. Wo genau ist es? Ganz weit dahinten. Ah, okay. So, die Treppen müssen wir hoch und da müsste eigentlich schon das Item sein. Soweit ich weiß. Genau. Ah, das ist das Allbett. Genau. So, natürlich gleich mal abspeichern. Hä, wie bitte? Ach so. Okay. Das bringt uns natürlich noch nichts. Ich glaube, ich bin aber auch zu weit geschwommen. Hier vorne soll mich nicht noch irgendwo ein Trank sein. Den ich aber gerade nicht finde. Okay. Okay. Dann finde ich ihn nicht. Dann ist rechts noch was. Können wir ja eigentlich auch die Karte so aufrufen. Das interessiert natürlich nicht gerade. Nein, können wir nicht. Okay. Dann gehen wir halt nach rechts. Da soll noch 200 Köl rumliegen. Was haben wir hier? Da ist es. So, da haben wir 200 Köln und angeblich sollen links noch, soll das irgendwie ein Trank sein. Ein Potion. Aber den haben wir jetzt nicht gefunden. Da würde ich jetzt aber auch nicht nochmal hinschwimmen. Ich meine, so dringend brauchen wir die jetzt auch nicht. Wahrscheinlich habe ich es auch einfach nur übersehen, die Kiste. Es ist etwas ungewohnt, dass es jetzt Kisten sind. So, hier haben wir wieder einen Speicherpunkt. Können wir gleich mal nutzen. Hoffen wir, dass wir hier auch schnell wieder weg sind. Die Musik ist grauenhaft gerade. So, links ist ein Item. Genau. Ein He-Potion. Ist schon mal besser als ein normaler Potion, den wir eigengeschulden wollten. So weitest du von mir nicht schwimmen. Hmhm, hmhm. 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 Oh, 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 oh. So, diesmal alleine ohne Aaron. Aber das sollte kein Problem sein, die Gegner sind jetzt hier nicht so knallestark. Naja, schon, dass sie mit einem Schlag sterben. Deswegen sind die auch relativ schnell Geschichte. Aber jetzt kommt mir nicht die Überraschung. Jetzt kommt etwas Kleines. Etwas Kleines. Naja, zu groß ist er ja nicht. Gut, da hat sich der Kleine auch verletigt. So, und ja, was soll man zu dem sagen? Man kann ihn nicht töten. Also wir können ihn jetzt nicht töten. Denn der ist uns ein bisschen zu stark. Aber nur ein bisschen zu stark. Und ja, wir werden den nicht totkriegen, wie gesagt. Deswegen brauchen wir hier auch nicht wirklich Potions oder so nutzen, wie wir hier gerade sehen. Denn wir ergreifen eher die Flucht hier. Oh. Grad so noch geschafft. I had made it out of the frying pan and into the freezer. I thought I was gonna die in this place. So, now we are in a beautiful way, here is nothing but first of all, first of all, in the next way there is something to find again. So, on the other hand. So, on the other hand. So, on the other hand. Ich brauche Feuer. Wir brauchen Feuer. den muss ich mal kurz hier rauszoomen, der ist links von ihm, rechts von ihm, so rum. Da müssen wir irgendwo hin. Irgendwo ist hier ein Gegenstand. Da ist er glaube ich, oder? Sehe ich da richtig? Nein. Ah, da. So, nochmal ein X-Potion. Die brauchen wir zwar überhaupt mal gar nicht, die X-Potion, weil das... äh, für mehr HP geeignet sind, die, ähm, die großen Potions. So, jetzt gleich auch nochmal eine Kiste, dann haben wir nochmal einen Alpha. Weiter vorne ist auch noch eine Kiste und dann ist weiterhin auch nochmal das. Nur ist der Gang hier nicht so groß, aber man muss echt drauf achten, dass man das mit erwischt hier. Wahrscheinlich hier, genau. Was heißt eine Kiste? Wir haben da den Gegenstand, die verweckten Blumen, und hier hinten finden wir dann, glaube ich, die Steine oder so. Ne, hier hinten ist auf jeden Fall da mal ein Heat Potion. Sehe ich gerade. So. Da haben wir C-Potion. Steine finden wir bestimmt unten oder so. Ist halt auch schon etwas länger her, dass ich das gespielt habe. Ich glaube, das müsste auch schon zwei Jahre her sein oder so. Oder drei, zwei, drei, vier. Ja, so in der Drehe. Aber einiges weiß ich auf jeden Fall noch. Und wie gesagt, ich habe hier nebenbei das Buch mit am Start. Also werde ich auf jeden Fall nicht viel verpassen. Werdet ihr so viel wie möglich mitbekommen. Oder so gut wie alles mitbekommen. Okay, wir müssen doch noch die Feuersteine finden. Die sind... keine Ahnung wo. Da muss ich jetzt wirklich suchen, weil im Buch steht es mir nicht gerade nicht drin. Wahrscheinlich... hier unten würde ich mal drauf tippen. Jawohl, von mir sind wir ja gekommen. Ja eben. Mann, ich bin ein Held. Ich würde mal drauf tippen, dass wir die hier finden. Genau. So, ob hier irgendwas da drin ist? Ich glaube nicht. Ah, nein. Hier sind nur die Feuersteine. Oh nein. entrevistet auf den Leitern. Oh nein. Also nicht das eine Abidekriegs- Ja, doch. Perfekt! Oh nein! Ich werde mich nicht leer. Oh nein! Oh nein. I need food. What do you want? It was a bad call. Your team lost because of you. You came to say that? It's been ten years. I thought you'd be crying. Who, me? You cried. Hey! Wait! Wait! Don't go out on me! Just hold on. I'll get more wood. Give me a break! Na gut, dann machen wir das halt mal schnell kaputt. Aber womöglich scheinen wir uns erstmal. Ja, haha. Auch wenn sie's viel ist. Ja, ich glaub, wir nenn doch mal Hecochen. Aber tot kriegt man ihn ja so alleine jetzt eh nischt. Schon lustig. Hack! Und der hackt. Hack! Er hackt. Oder jetzt kommt die. Ja. Jetzt können wir erstmal die Cutszene. Hollywoodischen Scheiß dagegen. Hahaha. So, jetzt sind wir wenigstens erstmal nicht mehr alleine. Handgranaten. Ja, das wissen wir auch. Nimm man natürlich auch nicht sofort. Völlig. Haha. Man muss erstmal wieder drauf klarkommen. Also, das macht mir nicht Aua. So, der letzte aber auch mal raus. Was mir aber nicht gefällt an der Remaster, dass die Musik verändert wurde. Das gefällt mir nicht so ganz. Weil das Lied klang mir nicht viel besser als im normalen. Da fehlt vor allem der Bass. Das war... In den anderen war mir nicht viel mehr Bass dabei. Und ich glaub, dazu muss ich auch nix sagen. Hahaha. Aber gut, man muss sich dran gewöhnen. Sagen wir's mal so. Puh. Das war knapp. Was cut doch so mä aap. Hei- Let me go. Was! A. A- A- Mae A- 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 Ich bin nicht in der Nähe. Kuno. Oder Chinesisch oder sowas, das ist die Allseitssprache. Keid mit Dijak! Hey, that hurts! Usujek, rein? Woah, okay. Penis! Right, whatever. Du, ich, hod, kebeg? Ich sagte, ich verstehe nicht. Fed! Er sagte, du kannst bleiben, wenn du dich selbst nutzvoll machst. Du, du verstehst mich? Okay, ich arbeite. Aber da steht man ja auch kein Wort. So. Ich würde aber sagen, bevor wir jetzt viel überhaupt weitermachen, werde ich den Part hier erst mal beenden. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, wir sehen uns dann einfach im nächsten Part wieder. Mal schauen, was dann hier so abgeht. Ich will ja nicht spoilern. Das mache ich überhaupt nicht gerne. Ich hasse sowas. Deswegen, lasst euch überraschen, wenn ihr das noch nicht wisst. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ja, haut rein. Euer Hatteplecker. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020